Na, Licht aus? Hör auf! Oha! Oha! Dann sieht man noch nichts. Nein, das ist ja komplett scheiße. Ja, äh... Wie ist die Fickung? Darf ich jetzt mal? Fräckchott meint. Für die Leute auf YouTube, äh, es ist jetzt hier gerade bei Hand of Blood im Livestream. Servus. Ich glaube, das geht auch schon direkt los, wenn ich hier so wackele. Hören wir schon was? Ich höre... Wallabila. Ich höre noch nichts. Hörst du was? Nee. Wolle man schon was hören? Oh ja. Man hört schon was. Schreibt mal alle Hallo YouTube. Jetzt moderier nochmal an. Hallo! Oh, ich glaube, das ist das Land, in das wir fahren. Geh mal nach Amerika, England. Hallo YouTube. Hä? Ja, sieh zu. Oh. Oh, äh... Verhör. Ja. Hate. Danke fürs Übersetzen. Da werden die Handschellen... Ah, die Handschellen? Krass. Und das ist auch so ein Wahrheitsmessgerät, oder? Lügendetektor nennen wir das. Wahrheitsmessgerät. Das ist ein Wahrheitsmess... Oh! Oh. Cutscene? Hä? Warum macht er das? Das hat nicht mal Gepin gemacht. Hä? Da! Das... Die, ja... Das kennst du von TikTok? Ja. Ich glaube, ich muss ans Ende des Zuges kommen. Komm, einfach mal eine Glock auf Lock. Ah, ist das einfach das Game? Dass man durch den Zug muss? Ja, ich glaube schon. Na, Angst, Big Barber, Kalle? Ja, das loopt endlos. Wir werden verarscht. Mal, Seite irgendwie. Guck mal, das ist der gleiche Zug. Da ist auch wieder Romania. Ja, soll ich wieder zurück? Weiß nicht. Willst du mal die Seitentüren probieren? Ein geiles Game bisher, würde ich sagen. Aber die Bahn fährt ja auch nicht. Ja, ja. Hörst du das nicht? Ja, manchmal... Ja. Jetzt hat es wieder Klick gemacht. Also wir sind wieder am Anfang. Was hast du denn gemacht? Ja, siehste? Siehste? Ja, ungeil. Hey, man musste einfach zehn Jahre gehen. Es lukt die ganze Zeit. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of... So. Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange. coming from their house, as this has never happened before. Da ist was anderes jetzt. Ah, das Buster. Verändern sich langsam Dinge, merkst du das. Ja, ja, ja. Always remember to pay attention to small details. You will need five letters to unlock the padlock. They are hidden throughout the game. You will need to complete the body. Before proceeding to the ending. This totally doesn't break the fourth wall. Also fünf Buchstaben. B. Die Leute schreiben alle B. Tafelanzeige rechts. Da, da ist ein fettes B. True. Northwood B. Are you going insane? Das ist eine Telefonnummer. Kann mal jemanden anrufen? Ich glaube halt... Oh, der ist auch neu. Wir sind Rumania. Wir sind doch in Rumänien. Jetzt ist hier komplett blank. Jod. Und da geht's nicht weiter. Und da geht's nicht weiter. Ui. Hier sagt er nix mehr. Oh doch. Aber links hat's geblinkt, ne? An der Tür oder so. Das hat so klick, klick gemacht. Also ich bin gespannt, wohin das uns noch führt. So, dann... Jetzt mal E auf den Zettel. Siehste? E. Wow. Auf der Rückseite ist ein Buchstabe. Das ist ja krass. Also haben wir jetzt E und B. Aber B auch nur vielleicht. Vielleicht B, ja. Oh, jetzt aber! Passiert dir was? Ja, da ist Blut. Digga, der hockt an der... Der hängt ab! Du! Das haben wir jetzt wieder hoch. Hand auf dem Blatt. Säge, Lupe, Zigarette. Säge, Lupe, Zigarette. Jetzt kommen da Leute! Das sind Leute, ja! Ach, Kalle, jetzt musst du aber auch mal den Weg durch die Tür finden. Hallo? Si, senor. Kannst du mit E? Romanisch. Die hat ein iPhone. Was ist da drauf? Vielleicht der auf Immobilien-Scout. We interrupt this program with breaking news. You are a goddamn murderer. 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 Die haben dich, glaube ich, jetzt angeguckt. Du meinst immer weiter. You are a goddamn murderer. Aber ich fühle mich hier nicht so wohl. Du hast gesagt, geh weiter. Jetzt soll ich wieder zurück... Den in die Rübe schießen? Weil... Du hast drüber geballert, du Stück Scheiße. Ich hab den voll in die Fresse geschossen. Okay, ja, der lebt aber immer noch. Das Spiel spielt mit uns. Nicht wir spielen das Spiel. Das Spiel spielt uns. Da sind neue Leute. Das ist ein bisschen anders. Die Tür... Die Tür geht jetzt zu. Moin. Irgendwann bewegen die sich. Irgendwann bewegen die sich. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Dann sind wir dran. You are a goddamn murderer. Fällt jetzt aber auch schwerer, auf Unterschiede zu arbeiten, finde ich. Ja. Weil jetzt die Leute sind. Nächster Pakt. Wieder Grütze? Nächster Akt, ja. Paktakt. Blut. Murderer, murderer. Murderer, murderer, murderer. Gab's auch schon? Nee, gab's schon. Nee? Ah, sehr gut kam. Geh noch mal auf die Hand of Blood. Da sind wir... Ah! Alles toller Blut. Der safe. Er ist auch am Manspreading, der ist tot. Der, der safe. Jetzt wackeln die mit dem Po. Oh, 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 oh. Der kommt böse. Der eine hat, äh, kein Ding mehr. Aber auch jetzt kein Anhaltspunkt irgendwie, was Neues. Jetzt bestimmt Teleport. Das peitscht uns hier auch einfach nur durch. Teleport. Da, der Text ist anders, oder? Finzer? Da war doch nur Mörderer, 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 oder? Ja. Aber das D ist groß. Das D ist groß. D, Leute, D. E, D. Ja, und B. Und B, vielleicht. Immer mehr Blut, Alter. Jetzt rechts wieder. Bam! Neuer Text, komplett alles Neues. Ihr Mörderer. Boo. 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 I'm sending you a letter because I don't know how else to contact you anymore. You have been ignoring my calls and emails didn't even answer your door. What happened? You were making such amazing progress. The nightmares seem to stop. The voice was gone. You and Emily listen to it. Aber passt das, Emily? Ja, E und M. Maybe. We're in love again. Please, please. Ehre. Contact me as soon as possible. Getting very worried. Ehre. Ach, Idee haben wir. Irgendwann packt dich einer oder so. Das erinnert mich an die letzte Fahrt mit dem Waren durch Spandau. Boah, Dickheit. Musst du schießen. Da hinten ist... Jetzt passieren so viele Sachen. Vielleicht schießt du ihn einfach in seine hässlichen Fick. Nee, er hat was. Na, ne Hand. Ein Foto. Hat er ein Item? Bitte töte mich nicht. The innocent blood is on you. Kicken Sie nicht so. Jetzt sind die Stühle höher. Die Tische. Jetzt sind die wieder so. Ein Fernseher. Fernseher. Knabemals. Da liegt auf jeden Fall irgendwas an der Tür. Kopf oder so. Siehst du das? Er ist neu. Jetzt wieder. Weißt du? Ja, aber dann. Ich habe seinen Arm in der Hand. Voller, Bieler. Was ist mit... Ist er weg? Oh, die sind sauer auf mich, weil ich einen Arm in der Hand habe, glaube ich. Willst du einen Arm haben? Willst du einen Arm, Tommy? Wir haben E. B vielleicht. Und D vor allem. Und vor allem D, weil das Mörder hat... Also drei von fünf. Hä? Wohin? Ich habe immer noch den Arm in der Hand. Ah, das ist ein Kapper. Den haben wir gesehen. Fliegt nie. Du kommst fliegt nie. Hau da den Arm rein. Ja. Wohin ist. E. 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 Ein Ei. Kommt die Leberwurst. Da ist seine Hand blutig. Die nimmst du mit. Ich wohne wirklich um. Ohne Scheiß. Jetzt haben wir die Hand. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Flatsch. So, you come. Aber wir müssen weiter. Oder? Das war daneben. Yo, Lasagne. Alter, Flatschi, Matschi. Das ist das Wort. Good Pussy sounds like. Echt? Wir brauchen mehr Körperteile und wir müssen auch weiterhin auf Buchstaben achten und Unterschiede. Das ist anstrengend. Wir achten gar nicht. Nein, es ist stockduster. Stockduster. Oh, nee. Einer guckt und stimmt, der eine links guckt geradeaus. Warum guckt der geradeaus? Der hat ein Bein. Der hat ein Bein, Digga. Und jetzt habe ich keine Taschenlampe. Oh mein Gott, das fickt gerade übelst meinen Kopf. Wo holen muss ich denn? Oh mein Gott. Ja, und jetzt ist links bei der Hälfte wieder der Typ. Und dem steckst du das Bein an. Ja, nimm. Wenn man sich mal jeden scheiß Zentimeter in Ruhe anguckt. Soll man ja auch. Ja, man soll ja auf kleine Details auch achten. Da ist irgendwo... Ach, guck mal. Das ist doch suspicious. Hast du das aber schon mal gemacht bei Skyrim oder so? Noch nie. Immer so antippen, wo es halt geht. Und dann weiter... Ja, 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 ja. Sehr gut. Nimm doch den Kopf jetzt. Ich nehme ihn doch. Guck mal, das hatten wir doch bei dem Arm einmal auf. Da sind wir einfach mal weitergegangen und irgendwann hat es sich resettet. Kalle, du musst den Kopf mitnehmen. Jetzt nimm den scheiß Kopf, du! Du hast den... Ah, ich hab den Kopf. Easy. Ich hab nicht geschossen, ich weiß es nicht. N. Schieß. Okay, N. N. B, E, D und N. Ja. B vielleicht auch nur. Dieses Hahahaha, wie das so wandert, das ist literally der Twitch-Head. So, jetzt geht's los. Der reicht dir was. Vielleicht ist er freundlich. Vielleicht ist das Emily. Keine Axt. Dann nimmt die Axt doch. Können wir hier vielleicht was abhacken? Holy shit. Ich kann die Axt auch nicht auswählen. Oh, es hat nicht Klick gemacht. Oh, oh, okay. Das ist das Lösungszauberwort. Okay, no end. Wir geben ein. Muss man's? Ja, ist die Frage, ob man's jetzt chronologisch machen muss. B als erstes, weil das war doch da an der Wand. Wenn's kein B gibt, dann war E hinterm Zettel. Dann D, ne? D. Gibt kein D. Gibt das hier ein D? Da gibt's ein D. N. Was war das letzte? O. Bitte gib ein O. Gibt kein O. Ja, dann sind wir am Arsch. Dann sind wir straight up am Arsch. Salat. Salat. Der Finger, was war das? Ja, die Fingerscheiße. U oder so, ne? Oder Y. Schreibt dir alle Demon. Okay, warte mal. Hatten wir ein D? Ja, bei Murder. E hatten wir A. Es würde halt Sinn ergeben, aber wir hätten doch kein M. O hatten wir auch und N. Doch, N hatten wir, oder? Warte mal, warte mal. Hatten wir N? Wir hatten ein N. Auf der Brust. Dann würde nur das M fehlen. Ja, vielleicht waren das die Finger. Ja, easy clap. Und jetzt macht die die... Bro, ich kann nicht schwinden. Hä, warum ist das jetzt so windig? Walla, Wiela. Alter, die damn Sounds, Alter. Wie beim Segel. Danke. Ich habe mir in die Socken geschissen. Alter, halt die Fresse jetzt. Für deinen Scheiß-Sexu- Oh mein Goodness. War das mit Mitashi? Ach, da kommt jemand hinterher, oder was? Okay, dann knall sie ab, Kalle. Aber immer in Kopf. Schön gesetzt. Der Hiebe. Ja. Zwei. Sauber. Das ist Rihanna. Rihanna. Schön. Ich hab alle. Nächstes Smack. Weiter geht's. Nächstes. Schön, Kalle. Schön. Schön. Nun, sieh zu, sieh zu. Ja. Vielleicht, wenn sie so... Dann E drücken, wenn den Kopf runternimmt. Einfach Gollum, sein Vater. Das ist ganz schön windig hier. Dann können wir aus... Ja. 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 Oh mein Gott. Weiter laufen. Er macht Auge. Saaren. Mit Rihanna. We interrupt this program with breaking news. The developer just wanted to thank you very much for playing the demo to fractured mind. Demo? We hope you enjoyed it enough to stick around for the full release. I won't keep you much longer. Thank you so much again for checking it out. Love you. God bless. Also ich fand's jetzt auch nicht so geil. Nee. Also der Thrill ist halt... Also was war das auch mit ihr und den Kopf schießen, dann durch rennen und dann ist da ein fliegendes Auge. Hä? Weißt du, was ich mein? Ja. Was soll das? Lass ein Abo da. Ja. 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 Vielen Dank.